Göttlich Gabor Kiray. Meine lieben Freunde, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich diesem Mann den Einzug ins Achtelfinale gönne. Gabor Kiray, göttlich im Übrigen auch gerade in diesem Trainingsfenster vor jedem Spiel, hatte der seine Jogginghose an. Hatte die nicht immer an? Ich weiß nicht. Ich meine, in den letzten Spielen, die ich mit Ungarn gespielt habe, hat er sie nicht gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden es gleich erfahren. Herzlich willkommen zu Ungarn gegen Belgien, meine lieben Freunde. Und hallo Zero. Guten Tag. Na? Ja, na, du hast jetzt Belgien und du müsstest jetzt eigentlich... Ja, da hat er doch die Jogginghose. Göttlich. Geil. Göttlich der Junge. Alter, ohne Scheiß, ne, ich bin ganz großer Befürworter der Ungarn. Ich sage, wenn die Belgien schlagen... Instant Weltmeister. Finale. Weltmeister, äh, Weltmeister vor allem. Jetzt hat er es gerafft. Ähm, ja, instant Weltmeister, klar, in zwei Jahren. Ähm, nein, wenn die Belgien schlagen, dann sind die auf jeden Fall mal safe im Finale, sage ich. Das ist eine Ansage. Dazu müssten sie zwar die Polen auch noch im Halbfinale schlagen, aber ich glaube, wenn die Belgien jetzt packen... Einfacher als Belgien. Warum nicht? Dann, dann schaffen die das auch. Ja, Belgien. Du hast gesagt, du bist so ganz großer Befürworter der Belgier. Ich hatte die erst gar nicht auf dem Schirm und dann habe ich die Mannschaft gesehen. Beziehungsweise den Kader. Und dann habe ich gedacht, oh, die können was. Ja. Okay. Seitdem, ja, guck mal, Hazard, Bräune. Das ist doch, also, großer Fan von. Ja, der Kader ist ja auch ziemlich stark. Und ich sage... Oh Gott. Und ich sage immer noch overrated. Boah. Und ich hoffe, dass die Ungarn das beweisen werden. Wie gesagt, ich möchte hier jetzt nicht als Anti-Belgien-Typ dastehen. Ich sage halt einfach nur, dass ich das von allen Hypes und etc. einfach nur als überbewertet empfinde. Und die Ungarn kommen aus dem Nichts. Damit hat keiner gerechnet. Sie sind Gruppensieger geworden. Was absolut crazy ist. Und Ungarn hat einen starken Willen. Unglaublichen Teamgeist. Und ich glaube, dass das sie weit bringen kann tatsächlich. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt einfach gegen Belgien vorbei ist. Und Belgien ist dann im Finale. Aber... Aber alles in allem rechne ich Ungarn hier verdammt gute Chancen ein. Können für eine Überraschung sorgen. Das ist richtig. Oh, voll in die Mitte. Ist okay. Ist halt kein Pogba, ne? Mit dem ich das Ding fast neben dem Pfosten setzen kann. Aber der war auch sehr schön geschossen, der Freistaß. Oh, der war wichtig. Zu dem da aufgehalten hast, der war wichtig. Schau mal, wie die Ungarn hier Druck machen. Halb hohe Flanke. Und dann schläft irgendwie. Du und deine scheiß Flanken, ne? Ja, sei halt mal außen nicht so offen. Das war... Nee, egal. Schön, schön, schön. Alter, da wird aber auch alles umgesammelt. Oh, mit der Hacke. Siehst du? Zauber Fußball Ungarn. Ich kann das nicht nochmal zulassen wie gegen Frankreich. Das geht nicht. Und da ist göttlich Gabor Kira, ey. Der macht das Spiel schnell. Ich mag den. Ich mag den auch. Ohne Witz, ich habe große, große Sympathie dafür, dass er tatsächlich auch in seinem unfassbar hohen Alter einfach jetzt hier nochmal ein Achtelfinale der EM rocken darf. Wie geil ist das eigentlich? Wie alt ist der mittlerweile? Na ja, pfff. Alt wahrscheinlich, ne? Ja, ungefähr. Er und Buffon, ich glaube, die tun sich nicht weh. Da tut sich nicht viel, das stimmt, ja. Aber wie gesagt, das ist auch neben Island tatsächlich einfach so ganz großartige Überraschungen. Auch von Island erhoffe ich mir sehr viel. Dazu komme ich aber dann natürlich zu sprechen. Wenn es so mein ist! Latte und Mr. Aluminium hat schon wieder angerufen. Oh mein Gott. Und die Ungarn machen so einen Druck. Und da ist der Lukaku. Ja, immer am letzten Hängen. Es ist echt bewegt, einfach nichts. Nicht gut. Und ich habe auch diesen Willen, den die Ungarn nämlich tatsächlich haben. Diesen Kampfgeist. Boah. Diesen Willen zu gewinnen, weil wir Underdog sind. Und den müssen sie einfach, die müssen einfach genau das mitbringen. Ich meine, klar, das ist nochmal eine ganz andere Schiene jetzt. Ich meine, rückblickend betrachtet war die Gruppe für Ungarn ja nur nicht mal schwer. Bei Portugal kann nix. Österreich war der Reinfall des Jahres. Äh, und Island ist Island. Hey! Wir werden ja natürlich gegen jemanden wie Belgien nicht spielen. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Naja, kommt, Geld muss es aber auch echt nicht geben, Mann. Ist okay. Aber, ich trau's denen auf jeden Fall zu. Ja. Wie gesagt, das kann echt eine Überraschung werden mit denen. So, schwieg' den hin. Aber ich werde jetzt erstmal hier gewinnen kurz. Um dich von deinem hohen Rost herunterzuholen. Und weil du mir einfach zu viel Druck machst. Ich sitze maximal auf einem ungarischen Rost. Ach, sind die nicht hoch? Weiß ich nicht. Ich saß noch nicht so oft drauf. Muss mir das erst mal angucken. Bisschen stressig, was du hier abziehst. Muss ich ehrlich zugeben. Du hast recht, es ist stressig. Nämlich ein Tor zu schießen mit den Ungarn dürfte sau schwer werden. Ja, gut. Vor allem die sind dann hinten übelst offen. Weil die gefühlt zehn Mann nach vorne bringen. Die Waders' Flanke sind wichtig, ne? Guck mal den. Oh. Oh. Ne, ne. Alter. Uh. Erst Alu auf deiner Seite, jetzt auf der Linie. Bei meiner Seite, holy moly, ey. Das war super wichtig, dass der dann auch auf der Linie stand. Mein lieber Scholl. Vorlinien-Technik. Ja, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass die noch kommt, oder? Das ist richtig. Uh. Da stand ja ein Belgier am Weg. Sehr gut. So, jetzt hier oben. Zack. Nein. Und das Witsel. Witsel. Der weiß aber nicht, wie er mit dem Ball umgehen soll. Überfordernd. Mal wieder. Mal wieder, ne? Oh, gehen wir wieder mit einem typischen... Ne, diesmal nicht. Gar nicht. Wir sind ja nicht immer in der Grund. Schon wieder Haltenzeit, das geht nicht ab. Ja, es geht voll schnell, gell? Geht aber schnell hier. Oh. Oh, da macht er einen Fehler. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ah, Ecke, Ecke. Nein. Der war draußen. Quatsch. Der war genauso Ecke, wie der Ball gerade auf der Linie war. Doch, jetzt. Oh, da macht er den Ausfallschritt und dann das hätte ich irgendwie nutzen sollen. Ich spüre Druck. Alter, das Statistik, ey. Die Ungarn machen aber richtig Druck. Na ja. Aber richtig, ey. Ich sehe aber auch Fouls, ne? Hier, mein Freund. Eine gelbe Karte für dich. Ja, das war ja keine Absicht, dass jetzt in der Bräune da an die Hacken gelaufen ist. Das sagen sie alle. Hallo. Hallo. Fairer Sportsmann. Ich prangere das an. Das ist eine Frechheit. Hallo. Vorteil. Oh, der ist frei. Oh, oh. Oh, der steht scheiße. Oh, der steht gar nicht mehr so scheiße. Oh, nein, 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 nein. Danke, der Bräune. Oder war Kirai dran? Nee, ich glaube nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, der Nachtrag ist noch gelb für dich. Warum? Ja, weil du hast mich gefault. Was hat denn der Salai gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ha, Dead Adam. Was? Ja, also, Negolan, komm, das ist aber schon arg viel geschauspielert. Bitte. Ich würde mir im Traum nicht einfangen. Na ja. Das ist natürlich jetzt ungünstig. So eine rote können wir uns jetzt nicht erlauben. Oh, oben. Scheiße. Bitte hör auf meine Pässe zu, Antipid. Antizipieren. Vielen Dank. Das geht nicht. Das ist mein Job. Ich finde das aber nicht gut. Das erschwert mir mein Spiel. Einfach mal schießt. Oh. Der Bräune hat irgendwie einen Fetisch zum Außennetz, habe ich das Gefühl. Ja, der kommt noch. Wart ab. Da muss sich der Kira ja ganz schön lang machen. Die armen alten Knochen. Er ist jetzt schuld. Er hätte ja auch zu Hause bleiben können. Hätte er. Aber so eine EM entlässt man sich nicht entgegenwürdig. Schon gar nicht erfolgreich. So, jetzt kommt die Flanke, da ist aber kein Mensch. Toll. Hier ist auch niemand. Was machen die denn? Ja, gib doch am besten nochmal Gelb. Schön wär's. Nee. Nichts getan. Uldschulzlamm, oh Salai, komm Salai. Oh, jetzt, man... Da ist keiner mehr hinten von den Belgiern. Aber vorne. Oh. Annahme, nein, nein. Göttlich, Kirai. Ich krieg den noch da rein. Niemals. Ich weiß nicht wie, aber ich krieg den noch da rein. Kirai bleibt... sauber. Irgendwann musst du auch mal hinter sich fassen. Aber nicht heute. Abwarten. Also in echt schon, aber... Guck mal hier, da steht nix. Du stehst einfach viel zu kompakt. Das ist unglaublich. Ich arbeite dran. Ich wär mit einem Unentschieden, das eigentlich nicht möglich ist, glücklich. Okay, wechsel. Wir sind alle etwas müde. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay, eins bewahr ich mir mal noch auf. Mal nur zweier Wechsel. Hier steht noch zu viel auf dem Spielen. Huch. Kratzen und auf weiter drücken ist nicht gut. Gar nicht mal so clever, wa? Ja. Guck mal so leih. Deine letzte Chance. Du fliegst nämlich raus. Der Arme. Ja, hat das Gelb vorbelastet. Schöne Grätsche. Muss man schon mal ein bisschen aufpassen. Und da geht er. Ach, der Stieber kommt. Ja. Der Sultan. Stark. Unglaublich. Ich glaube, ja, nee. Doch, komm. Ja, nee. Nee, was? Oh, der Kevin De Bruyne, der will da Tor aber auch gefühlt. Ich komm trotzdem nicht durch. Nee. Scheiße, da wo sollte er nicht hin? Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, mal ganz außen. Nikolic. Ach, Mann, ey. Abwehr steht. Abwehr steht. Ja, das Schlimme ist, dass es halt auch noch ein überragender Kiepe mit Courtois dahinten ist. Also, das macht das nicht leichter. Das ist richtig. Ach, komm, was ist das denn? Ja, siehste, fairer Sportsmann, von wegen, ey. So, Nagi. Oh. Wie kam der denn da durch? Uh. Ja, das hat dein Verteidiger irgendwie auch nicht gerafft. Aber viel gemeinsam. Huch. Stieber. Stieber. Das wäre ein Einstand gewesen. Das wäre ein Einstand gewesen. Oh Gott, war der schlecht. Naja. Versuchen kann man es ja mal. Kirai 5 paraden, Courtois 0. Nafset. Hatte ich nicht 5 Schüsse aufs Tor in der Statistik? Keine Ahnung. Wie ist das möglich? Ich bin damit beschäftigt, dass ich nicht treffe. Das ist schon schlimm genug. Ja, nicht mit dem Gabor. Oh, nee, nee, nee. Nengolan! Göttlich, Gabor Kirai! Sehr junger, ey. Aber schön geschossen. Ja, schön geschossen. Hat's und sehr schön gehalten. Mann, Mann, Mann. Gut, dass der so eine luftige Hose hat, ey. Oh, was war das denn? Okay, und Konter. Nein. Das war wichtig. Oh Gott, wohin? Warum ist da keiner? Stark. Komm, 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 Gabor, Gabor, Gabor. Wie läuft gerade die Zeit davon? Ein bisschen. Aber das Problem ist, dass die in Ungarn halt im Normalfall so ein 0-0 nicht mehr gekrattet sind. Ja, es tut mir leid. Wollen wir mal Geld geben? Ich würde schon sagen. Ach, ja. So, und jetzt kämen wir die Bräune. 35 Meter Traumdor. Den wollte ich eigentlich drehen, aber irgendwie habe ich das versammelt. Ein bisschen, glaube ich. So, warum sind da so viele schwarze Belgier auf der Welt? Nicht rassistisch, bitte. Hallo. Schwarz-Weiße? Nee, 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 nee. Ich kriege vielleicht nichts hin, aber dass ich das 90 Minuten hinten halte, ist auch schon fast eine Leistung. Stark, stark. Oh, das ist, glaube ich, zu scharf. Ah, warte, warte, warte. Ja. Nein. Gib doch da mal einen Freistoß nochmal. Ja, kriege ich, danke. Ach, komm. Das war eine faire Grätsche doch gerade. Du hast mich umgehauen. Ja, eben, aber nicht da vorne, da hinten. Vier Minuten Nachspielzeit. Ist da noch was möglich? Nee. Ich befürchte nicht. Ach, was sind das denn für Bälle, Alter? Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm! Nee! Oh, wie kann man das nur so verkacken? Oh, wie kann man das nur so verkacken? Oh, nein. Scheiße! Ich bin für ein Wiederholungsspiel. Mann. Fuck. Immerhin feiern meine Belgier gerade, als hätten sie gewonnen. Ich hab grad, war so nervös, dass ich die Chance hatte, dass ich nicht wusste, was ich mache. Lupfen, vorbei, draufhauen. Sehr gut. Ah, scheiße. Ach Gott. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Jetzt haben wir wirklich vier von unseren drei Matches unentschieden gespielt. Das tut mir wahnsinnig leid, mein Lebenbron. Vier von unseren drei Matches? Äh, drei von unseren vier hast du. Ich bin durch, zu viel unentschieden, ey. Krass. Ja, das stand echt nicht auf meinem Zettel. Aber dann kann man ja quasi sagen, aus dieser Vierer-Serie hatten wir immerhin einen Sieg. Dankeschön. Ich glaub, wir tun uns nicht viel, hab ich das Gefühl. Es ist, es ist verrückt. Es ist verrückt. Überrascht mich, dass du's jetzt mit Belgien nicht hingekriegt hast. Krass, guck mal, Ballbesitz. Ja, es war ziemlich gleich, ne? 50-50. Sechs zu vier Tore. Neun zu acht Schüsse. Korto hatte zwei Paraden, Kirai, bester Mann. Mit acht Paraden. Sehr, sehr geil. Wie auch immer, ne? Ich hab sechs Schüsse aufs Tor gehabt, Korto hatte zwei Paraden, du hattest vier Schüsse aufs Tor, Kirai hat acht Paraden. Ja, ja, ja. Gut, Kiefer. Da ist alles möglich. Da ist alles möglich. Ja, gut, Mensch, dann war's das für unsere Vierer-Serie hier im Achtelfinale der EM 2016. Sehr, es war sehr schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, dass wir was zusammen gemacht haben. Ich fand's auch sehr schön, dass ich mitmachen durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann quasi zu den anderen Achtelfinal-Partien. Die gibt's dann wieder mit einem neuen alten Gast. Und ja, viel Spaß bei den weiteren Achtelfinal-Spielen. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.